Stithataphanasana ist die Stellung der beständigen Kasteiung, auch die Stellung des dauernden Brennens in der Sonne. Im alten Indien gab es auch sogenannte Tapasvins, Asketen, und es gibt verschiedene Formen von Askesen. Eine ist, die Arme hoch zum Himmel zu geben, und das kannst du aus irgendeiner kreuzbeinigen Stellung heraus machen und dann die Arme nach oben geben. Natürlich, wenn du die Arme nach oben gibst, kannst du dir auch vorstellen, dass von oben Licht und Energie händisch hineinströmt. Wenn du das aber stundenlang machst, dann ist das eine Tapasübung, die viel Anstrengung und Willenskraft erfordert.